Ahoi ihr Lieben! Wie sieht eigentlich eine Balkonkabine aus auf der neuen Mein Schiff 7? Das wollen wir uns mal angucken. Ja, und in Zeiten, wo jeder mal eben so husch, husch, husch so eine Kabine filmen kann, habe ich mir gedacht, ich mache das mal ein bisschen anders. Ich habe jetzt erst mal vier Tage lang eine Balkonkabine getestet und kann euch wirklich jetzt aus meinen Erfahrungen schildern, wie diese Kabine so ist. Also legen wir mal los. Starten wir hier mal in Kabine 6117, einmal hier ganz vorne mit den Haken zum Aufhängen der Jacken. Hier direkt daneben befindet sich eine sogenannte Verbindungstür. Wenn man die Kabine nebenan gebucht hat, dann kann man diese Tür öffnen lassen, sodass man da direkt durchgehen kann. Das ist natürlich sehr praktisch. So, schauen wir uns hier einmal die Bedienelemente an. Einmal die Bedienung der Klimaanlage, die man übrigens auch ausschalten kann. Frischluft gibt es allerdings weiterhin, auch wenn man das Ganze ausgeschaltet hat. Ja, und dieser Taster hier oben, der ist ganz wichtig, das ist der Hauptschalter. So, der ist jetzt eingeschaltet. Wenn man den ausschaltet, wie ihr seht, für die ganze Kabine, dann ist es leider so, dass diese Lampe extrem hell leuchtet. Also, wenn man sehr empfindlich ist beim Schlafen wie ich, findet man das etwas störend, dann müsste man das Ganze abkleben. Wir schauen mal hier in die Schränke. So, einmal hier. Natürlich auch wieder vorhanden ein Tresor, dann zwei Bademäntel und dann zwei neue Wäschebeutel. Die sind jetzt aus mutmaßlich umweltfreundlicherem Material, nicht mehr aus Plastik. Und dann haben wir da unten noch Schlappen. Das ist es einmal gewesen, aber das war es nicht an Schrankfläche. Wenn wir hier mal weiter schauen. Ja, hier ist dann der weitere Schrank hier mit jeder Menge Bügeln zum Aufhängen von Dingen und noch einige Fächer, um dort was reinzulegen. Ja, das ist es dann erstmal hier gewesen an Schrankfläche. Wir schauen uns hier mal den Bettbereich an. Einmal oben drüber hat man zwei Fächer, wo man auch nochmal Dinge aufbewahren kann. Was ganz witzig ist, diese Fächer gehen, wie ihr sehen könnt, mit der Zeit automatisch zu. So, dann hat man direkt rechts und links neben dem Bett eine Leselampe. Allerdings kann man die auch als indirektes Licht benutzen und es ist dort auch noch ein USB-A-Anschluss vorhanden, wobei man sich natürlich in der heutigen Zeit wünschen würde, dass es auch USB-C wäre. Aber schauen wir mal, was dann die Neubauten von TUI Cruises bringen. So, direkt hier neben dem Bett auf der einen Seite nur eine Steckdose neben dem Telefon. Dann hier nochmal weiterer Stauraum. Das ist es dann auch schon mit dem Bereich neben dem Bett gewesen. Was gibt es zum Bett selber zu sagen? Das Kopfkissen. Ich persönlich habe sehr, sehr gut mit dem Kopfkissen geschlafen. Das ist aber tatsächlich ja immer eine individuelle Geschichte. Also das kann man ja nicht so richtig allgemeingültig sagen, wobei ich allgemeingültig für mich sagen kann, dass ich sehr empfindlich bin, was das richtige Kopfkissen angeht in Hotels oder auf Schiffen. So, aber im Großen und Ganzen war das wirklich gut. Diese Konfiguration, wie wir sie jetzt hier sehen, dass wir das Sofa am Fenster haben und das Bett etwas weiter im Raum, das ist die, wie ich sie bevorzuge. Es geht aber andersrum. Auch da ist das Bett dann da auf der Seite und das Sofa dann hier. Aber ich finde es immer netter, wenn man mit dem Sofa direkt am Tageslicht ist. So, dann schauen wir hier einmal den Fernseher an. Der befindet sich direkt gegenüber vom Bett. Der hat eine angenehme Größe, der kann allerdings nicht verstellt werden. Das ist ein bisschen der Haken. Also wenn ich dann auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucken möchte, ja, da muss ich dann schon so rüberschielen, würde ich sagen. Bevor wir in den weiteren Bereich gehen, gucken wir hier einmal in das Badezimmer. So, was ich halt nicht verstehe und das ist wirklich ein Ärgernis in der ganzen Flotte, ja, dass man immer ein Nachtlicht hat, was an ist. Ja, und das ist wirklich relativ hell und jetzt könnte man sagen, wenn es im Badezimmer ist, ist doch egal. Nein, das scheint da auch raus, sodass dieser ganze Vorbereich beim Schlafen wirklich immer so leicht dimmerig ist und ich persönlich will das nicht haben und ich finde das sehr, sehr ungünstig, abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht gut ist, wenn die ganze Nacht hier irgendwie Licht leuchtet. Ja, auf Flussschiffen sieht man das sehr gut, da hat man dann einen Bewegungssensor, also das ist nichts, was man machen müsste. Also wenn man das, ich persönlich kann mich da wie ein Blinder verhalten nachts, also ich muss gar kein Licht eigentlich haben, aber ja gut, das sieht nicht mal jemand anders, aber diese Variante mit dem durchgehend leuchtenden Licht ist wirklich schrecklich und ich hoffe, dass das bei den Neubauten abgestellt wird. Gucken wir mal in die Dusche, wobei sie haben es jetzt, die letzten sechs Schiffe haben sie schon nicht abgestellt, also insofern scheint es nicht zu bringen, wenn ich das sage. Schade. In der Dusche einmal Duschgel und Shampoo, dann Pflegespülung. Ja, die Dusche ist relativ geräumig, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Dann hier einmal die Toilette. Das ist jetzt nicht so ein moderner Klo-Deckel, so wenn man den aufmacht, dass er dann automatisch leise wieder zurückgleitet. Nein, das ist es nicht. So, dann einmal das Waschbecken und einmal noch mal Stauraum für die ganzen Dinge, die man hat, aber das kann man natürlich hier auch auf die Regale packen, überhaupt gar kein Problem. Ja, was man so beim letzten Neubau noch hatte, so Nagelfeile und so lagen hier dann, das gibt es so mittlerweile nicht mehr. Nähset und so, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das irgendwo gibt, wenn man fragt, aber nagelt mich nicht mit der Pfeile darauf fest. So, jetzt haben wir aber hier hinten alles besprochen, würde ich sagen, so dass wir jetzt hier in den vorderen Bereich gehen können. Ja, dieses Sofa beinhaltet dann auch nochmal zusätzlichen Platz, wo ich etwas unterbringen kann. Ja, das ist durchaus auch ganz praktisch und es kann natürlich auch benutzt werden als drittes Bett, wobei es jetzt nicht so optimal ist. Natürlich ist es ein, nicht jedes gute Sofa ist auch ein gutes Bett, also da muss man dann immer Abstriche machen, aber das ist jetzt nicht ganz so überraschend. So, wir gucken mal. Einmal hier, der Schreibtisch mit einem bequemen Stuhl. Das hat man auch alles ein bisschen anders gestaltet, im Vergleich zu den Schiffen davor. Da hatte man noch eine Ablage darunter, das hat man jetzt alles anders gemacht. Man hatte hier übrigens auch eine Ablage, da waren so Kataloge oder so, oder das TUI Cruises, das ist mein Schiff Magazin, aber da es diese Printprodukte gar nicht mehr gibt, hat man nun logischerweise auch die Ablage da gelassen. Also ja, sicherlich nicht so ungewöhnlich. So, dann schauen wir mal da, dieser Schrank, da befinden sich auch nochmal jede Menge Schubladen. Die eine Schublade hat es in sich, dort befindet sich nämlich der Föhn. Das ist ein neues Modell. Und dieses neue Modell hat schon einige in den Wahnsinn getrieben, denn wenn man es einfach so einschaltet, dann tut sich erstmal nichts, denn es gibt auf der Rückseite einen Berührungs-, äh, einen Touchschalter sozusagen. Also das ist kein mechanischer Schalter, sondern man muss den berühren, dann springt das Ganze an, ja, sonst nicht. Also wer sich wundert, dass das Ding verrückt spielt, einmal schaut euch da diesen Schalter an. Das ist sicherlich der wichtigste Tipp wahrscheinlich in diesem Video. Es gibt wieder eine Nespresso-Maschine, eine Maschine für Nespresso-Kapseln. So, und da sind dann auch Kaffeekapseln vorhanden. Kein Nespresso, sondern eine umweltfreundliche Variante und es ist auch beschrieben, welcher Kaffee das ist. Eine Kapsel gibt es pro Tag und Person inklusive. Das ist soweit alles gut. So, dann habe ich hier das Geschirr. Und ja, auch sehr schön, dass ich eine Wasserkaraffe habe. Da muss ich nämlich nicht die Wasserflaschen, die hier stehen, kaufen, sondern ich kann draußen an einen Wasserspender gehen, kann da doch energetische Edelsteine reinwerfen, die es hier gibt. Und ja, dann ist das eine umweltfreundliche Variante. So, ja, jetzt kommen wir hier zum Vorhang. Das ist so eine Sache, denn der ist schlicht zu kurz. Also man muss mir vorstellen, dieses Schiff fährt ja auch hier nach Norwegen beispielsweise im Sommer. Da wird es sehr früh sehr hell und dann scheint dort sehr viel Licht durch. Und das fand ich wirklich als sehr unangenehm. Also das wäre absolut unnötig. Ja, also da hat man wirklich die falschen Zentimeter gespart, sage ich mal. Also da lieber etwas mehr nehmen. Und wer wirklich empfindlich ist, muss man sagen, ja, der braucht eine Schlafmaske. Also das ist wirklich schade, dass man hier die Chance vertan hat, ja, da einfach die richtige Länge zu wählen. Das ist also nicht so gut. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, sie sind da total unempfindlich. Das ist ja unbenommen. Ja. So, gucken wir uns mal hier den Balkon an. So, das ist eigentlich wie gehabt. Ich habe zwei Stühle, dann habe ich ein Fußteil und dann habe ich hier einmal einen Tisch. Und ihr seht schon am Aschenbecher, hier darf auch geraucht werden. Es ist jetzt gerade ein bisschen nass, weil hier eben gerade noch geputzt wurde. Und ich könnte jetzt, wenn ich die Kabine daneben habe, hier auch die Wand öffnen lassen. Ja, und dann kann man da auch durchgehen. Also so kann man dann aus zwei Kabinen fast eine Suite machen für eine Familie. So, der Blick hier nochmal raus. Der Hafen von, wer erkennt es, wer erkennt es, wer erkennt es? Der Hafen von Kiel. Ja, so, genau. Und das ist es einmal hier gewesen auf dem Balkon. Und ich würde sagen, ja, da haben wir eigentlich nichts ausgelassen, was nun diese Balkonkabine angeht. Das war ja also der ausführliche Blick hier auf meine Balkonkabine. Es ist ja so ein bisschen neues Format gewesen, ein bisschen intensiver, ein bisschen detaillierter das Ganze. Also schreibt es mal rein, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ja, denn so diese Zeiten, dass man mal eben so husch husch eine Kabine zeigt. Ich glaube, das ist so ein bisschen vorbei, weil man will ja doch ein bisschen mehr erfahren von jemandem, der da auch gewohnt hat und nicht der das nur einmal ganz kurz gesehen hat, weil das ist eigentlich nicht so ganz aussagekräftig, würde ich sagen. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also macht's gut. Ach, Daumen hoch wäre auch noch super. Bis dahin. Tschüss.